Du musst dich darauf einstellen, dass wenn die uns trennen, dann wirst du mit Sicherheit alles wie Alice im Munderland serviert bekommen und zwar alles. Ich sage Julia, mach dir bitte keine Illusion. Auf einmal wird, stell dir vor, du kommst aus dieser Hölle mit einem Schlag und auf einmal ist alles Alice im Munderland. Da steht der Traumprinz vor dir, da ist dies, da ist das, alles was du gar nicht so richtig realisieren würdest oder gar nicht träumst. Weil Julia immer gesagt hat, ich will nichts und ich erwarte nichts vom Leben. Du bist mein Leben, du bist mein Bruder, du bist meine Familie, ich werde es niemals vergessen, ich werde dich niemals vergessen, ich werde immer zu dir halten. Ich sage Julia, ich weiß, dass du das möchtest und dass du da dahinter stehst, aber glaub mir, diese Verführung, die ist, das ist ja nicht so, dass du in dem Moment, wo das passiert, dir das unbedingt bewusst ist, sondern das kommt gleichend, unbewusst, es ist einfach da, du bist dann wie verzaubert. Nein, 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 die hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, die hat geschrien, die hat geheult, hat gesagt, nein, das wird niemals passieren, niemals, niemals. Und hat dabei geheult, geheult, geheult. Ich sage Julia, ich weiß nicht.